Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video des Alola-Freundschaftskampfturniers. Und wir starten heute mit der Schutzpatron-Musik in die nächsten drei Kämpfe. Das letzte Video war ein bisschen so komisch. Dann hab ich erstmal gewonnen, dann hab ich erstmal krass verloren und dann hab ich verloren, weil ich einfach dumm bin und... Einfach krass. Und dann gucken wir mal, wie die nächsten drei Kämpfe denn heute so werden. Nebenbei, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Like dalassen. Wenn es euch nicht gefällt, dann ist halt ein Dislike da. Das ist mir relativ egal. Macht, was ihr wollt. Und wir hoffen einfach auf gute und vielleicht auch spannende Kämpfe, falls ich denn mal einen Gegner finde. Falls ich einen Gegner finde. Entschuldigung. Falls ich einen Gegner finde. Gut, ich glaube, das funktioniert so nicht. Nicht so wirklich. Ja. Guck mal, jetzt ist das Video schon über anderthalb Minuten lang und ich habe noch nichts getan. Das ist peinlich. Die Suche war nicht erfolgreich. Hör mal. Das ist eigentlich dein Problem. Die Suche hat erfolgreich zu sein. Das ist natürlich der beste Anfang für ein Video. Natürlich. Direkt. Instant. Hallo? Das kann nicht sein. Ich will kämpfen. Los. Gib mir einen Gegner jetzt. Weißt du, da will ich kämpfen. Ich will es. Es kommt nichts. Ihr könnt das Video auch gerne skippen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr gerne irgendwie vorspulen oder so. Das ist mir dann auch... Jetzt haben wir einen aus Ishikawa da. Das ist doch schon mal was. Okay, vergesst es mit dem Vorspulen. Wow. Wow, wisst ihr, was weird ist? Dieses Ditto da. Das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Okay. Dann ein... Äh... Anigo. Hm. Ich habe bis jetzt noch nicht gegen Anigo gekämpft. Hm. Was könnten wir denn da machen? Also ich persönlich würde ja liebend gerne Frostedchen nach vorne setzen. Gerade auch wegen diesem Ditto da. Ich weiß nicht. Das macht mir... Das gibt mir voll zu denken. Okay. Ähm, ja. Das ist gerade ein bisschen komisch. Wobei, setze ich Frostedchen nach vorne oder setze ich was anderes an? Nein. Hm. Wie wäre es denn? Ja, nee. Ich muss Frostedchen... Ich setze Frostedchen nach vorne. So. Dann nehme ich aber auch noch Diktri mit. Und diesmal bin ich auf Mimigma vorbereitet. 100%. Witzig ist, dass ich Schutzpatronenmusik laufen lasse und keinen Kapu-Kime mitnehme. Man weiß nicht, Kapu-Kime gerade nicht so wirklich gut macht. Finde ich. Jetzt gerade so in dem Team hier. Oder vielleicht gleich doch und... Oh, Ditto. Wahrscheinlich ist es ein Ditto mit Doppelgänger. Wahrscheinlich. Ein Doppelgänger, Ditto. Süß. So, pass mal auf. Du meinst ja direkt schon, mein Frostedchen kopieren zu müssen. Und ich gehe fast so weit, zu sagen, dass dieses Ditto... ...ein Wahl-Item trägt. So, ich mache jetzt Tiefschlag. Na, wie schmeckt dir das, Ditto? Irr. Hallo. Damit habe ich nicht gerechnet. Da muss ich sagen, damit habe ich absolut gar nicht gerechnet. Weil ich dachte jetzt so... Oh, 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 Ditto. Oh, 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 Ditto. Das wird jetzt einfach relativ schnell von Tiefschlag jetzt besiegt. Weil es ja dann sehr effektiv jetzt auf Ditto ist. Weil es ja jetzt ein Frostedius. Aber irgendwie... ...war das dann doch nicht so. Erdbeben. Und wenn es jetzt ein Wahl-Item trägt, muss er jetzt eigentlich auswechseln. Eigentlich, ja. Ich kann mir schon fast vorstellen, dass er ein... Äh, uh. Uh. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht getan. Vielleicht hat das Magnezone ja noch Robustheit, aber... ...trotzdem. Oh, es hat keine Robustheit. Okay. Das war's dann für dich, Magnezone. Magnezone. So. 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 Anigo. Jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich auch gegen Anigo in einem Online-Kampf kämpfe. Und vielleicht... ...kann ich es auch direkt besiegen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nie gegen ein Anigo wirklich gekämpft. Also, online. In einem Kampf halt. Ich weiß, dass es Gestein-Gift ist und eine ziemlich krasse... ...Bodenschwäche hat. Ach, du Scheiße! Ja. Das war's dann, Anigo. Aber Psychoschock hat mich schon... ...geschockt, ja. 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 Jetzt kommt wieder Ditto in den Kampf. Dann verwandelt sich Ditto jetzt in... ...Kosturso. Aber Kosturso kann nicht wirklich was gegen mein... ...Frostetje machen. Ich mach mal Rückkehr. Ich hätte Hammerarm machen können. Wieso machst du Erdbeben? Ja, okay. Es hat gereicht. Ja, okay. So, Frostetje. Du bist jetzt dran. So, und jetzt... ...mein liebes Frostetje. Nutzt du bitte... ...deinen tobenden Geofrost. Um dieses Ditto schock zu gefrieren. Ting, ting. ...tobender Geofrost. Und Ditto besiegt. Nice. Ich hab mir schon fast gedacht... ...dass da Ditto... ...wenn der schon Ditto mitnimmt... ...muss es Doppelgänger haben. Und dann trägt's wahrscheinlich noch einen Wahlschal. Und dann ist... ...ääh... ...na, dann ist es sowieso schneller. Und es könnte durchaus... ...ääh... ...Teams auseinandernehmen. Könnte, ja. Aber wie man hier sehen konnte... ...ich musste einfach nur auf das langsamere Kosturso auswechseln... ...und schon war eigentlich der Kampf für mich... ...gewonnen. So. ...wir starten dann in den nächsten Kampf. Ich muss nur mal gerade eben kurz nebenbei mal was nachschauen. ...während mein Gegner vielleicht auftaucht. ...während... ...während... ...nebenbei... ...Fun Fact... ...wenn man... ...Wandler... ...mit einem Z-Kristall nutzt... ...also im Prinzip dann Z-Wandler hat... ...oh... ...eine Japanerin... Ah, super, noch so ein Rohrrang. Wird Z-Wandler dafür sorgen, dass 100% der KP wieder geheilt werden. So, also, was haben wir da? Kapufala, Kapukime, Grifeldis, Akani, Knakrak und Metagross. Ich persönlich würde jetzt erstmal hingehen und Diktri einsetzen. Ganz nach vorne, dann Kostoso. Und ich nehme noch Kapukime mit. Und das ist jetzt relativ schnell entschieden. Einfach aus dem Grund, weil er noch ein Akani ist. Und dieses Akani könnte ich am besten mit Kapukime angreifen. Falls er jetzt natürlich Grifeldis mitnimmt. Okay, könnte ich auch mit Kapukime attackieren. Aber, ja, doch, ich denke, die drei können es richten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, also, Japanerin. Oder vielleicht ist es wirklich nur ein Japaner und hat sich einfach den weiblichen Charakter genommen. Schauen wir mal. Los, Diktri! Diktri! Und Kapufala! Oh, ist ein Meisterball gefangen. So, Psychoerzeuger wirkt. Jetzt ist natürlich die Sache, ich könnte Kapufala mit einem Schlag direkt besiegen. So, es könnte natürlich jetzt sein, dass auch noch, dass er, wenn ich jetzt, wenn mein Gegner, oder meine Gegnerin, jetzt richtig hart predicted, richtig hart predicted, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt auch Erdbeben kommen. Und da wird jetzt Grifeldis reingeschickt. Ich mache mal Erdbeben. In der Hoffnung, dass Grifeldis nicht dabei ist. Knack, krack. Sehr schön. Das passt mir nicht so ganz. Hm. Aber die Tatsache, dass Kapufala zurückgerufen wurde, sagt mir ja schon, dass es eigentlich nicht schneller sein kann. Ich mache nochmal Erdbeben. Vielleicht kriege ich einen Kritt hin. Vielleicht. Ich hoffe, dass Knack, krack, hat aber kein Walschal. Knack, krack, hat einen Walschal. Okay, dann hat Kapufala schon mal keinen. Schon mal gut zu wissen. Komm schon, crit. Komm schon. Äh. Nee, ich kann leider nicht drinbleiben. Ich könnte Tiefschlag machen, aber dann hat Knack, krack bestimmt noch Rauhaut als Fähigkeit. Und dann ist Dickdree weg und dann habe ich ein Problem. Das möchte ich jetzt nicht riskieren. Also schicken wir jetzt mal Kostoso raus. Und Kostoso wird ein Knack, krack, Stand halten können. Ach du Scheiße, das war ein Crit, oder? Ach du Scheiße. Das war tatsächlich ein Crit. Ähm. Ja, ich mache mal Eishieb. Holy shit. Mit einem Crit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Und wahrscheinlich wird der Crit jetzt auch, äh... Oder wahrscheinlich wird jetzt Kostoso auch besiegt werden. Super. Das, äh... Ist schon mal ganz schlecht. Ich habe nämlich nur noch ein 1KP Dickdree. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich kann damit Kapu Fallabdreck besiegen. Ja, aber... Das war es auch dann schon. Lack. Richtig mies wäre ja jetzt, wenn Kapu Falla auch noch einen Beulenhelm trägt. Schade, dass ich Donarion jetzt nicht dabei habe. Das ist extrem schade. Und ich hoffe jetzt nicht, dass Kapu Falla reinkommt. Wobei ich glaube, dass es jetzt reinkommt. Hm. Das ist doof. Das ist sehr doof. Äh. Verdammt. Damn you. Ich mach mal Mutgewalt. Psychokinese. Äh. Äh. Verdammt. Okay. Mein 1KP Dickdree. Ne. Also ich... Sorry. Das wird nix. Also sorry. Ne. Also... Bei aller Liebe. So gerne ich diesen Kampf auch gewinnen wollen würde. Aber... Das kann ich nicht. Weil jetzt müsste... Jetzt müsste noch ein Pokémon kommen. Und das einzige, was mir jetzt einfällt, wäre Arcani. Oh. Kapu Kime. Wow. Ehrlich. Ist das jetzt dein Scheißernst? Du hast die ganze Zeit Kapu Kime gehabt. Warte. Also möglich... Weißt du, du hättest auswechseln können. Du hättest auswechseln können. Hallo. Du hättest... Metagoss haben können. Weißt du, Arcani. Selbst Gryphales habe ich noch für möglich gehalten. Aber dann kommt Kapu Kime. Hallo. Okay. Äh... Ja, wie gesagt. Der Kampf ist so oder so vorbei. Außer ich würde jetzt halt wirklich mit Erdbeben... ...nen Crit machen. Aber sonst... Nein. Ne. Wow. Surfer. Yay. Das liegt aber... Nein. Da muss ich sagen, das lag nur daran, weil mein Kostoso gecrittet wurde. Wäre das nicht passiert... ...wäre der Kampf vielleicht sogar noch ein bisschen anders abgelaufen. Weil dann hätte ich sofort Eishieb gemacht und dann wäre Knackrack sowieso weg gewesen. Also... Aber gut. Es soll halt nicht so sein. Egal. Das ist doch sowieso nur so... ...weiß ich nicht... ...Pfand-mäßig halt. Und... ...wir starten jetzt auch in den letzten Kampf für dieses Video. Ja. Ja. Der letzte Kampf für dieses Video. Gegen einen Japaner aus Tokio. Kaputoro mal wieder. So. Polaknogga, Primarene, Metagross, Grifeldis und Karguron. Was sind diese ganzen Karguron? So, dann lass mal gucken. Also, ich könnte gegen Kaputoro, Metagross und Karguron Tortunator bringen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Dann könnte ich gegen Metagross Frostedie bringen. Jetzt denkt sich jeder so, warte, was, wieso gegen Metagross Frostedie? Frostedie ist ein Geist-Pokémon, deswegen. So, und dann brauche ich natürlich noch was gegen Primarene und gegen Alola Knogga. Das Alola Knogga wird mir wahrscheinlich die größten Probleme bereiten. Wobei, das aber auch eher weniger, weil ich das auch mit Frostedie besiegen könnte. Ich schicke noch Donarion ins Rennen. Und dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Ah, Alola Knogga kommt rein. Ah ja. Gut. Ich mach mal Drachenpuls. Mal gucken, wie viel es bringt. Keine Ahnung. Mh, Knochenbran. Super. Wird auch nicht von Beulenhelm beeinflusst. Ganz, ganz, ganz klasse. Hm. So, wir tauschen mal aus. Weil, ich weiß nicht. Ich muss auf Donarion wechseln. Wobei, wenn Knogga jetzt gleich Flammenblitz macht, ist mein Donarion weg. Also. Äh. Das ist jetzt doof. Nur muss ich jetzt halt mal gucken, dass dieses Knogga da verschwindet. Und mit Tortunator werde ich das nicht schaffen. Donarion ist eigentlich so der Schlüssel für... Für mein, ähm... Na, wie heißt's? Für das Kaguron. Nur... So kriege ich das nicht hin. Voltwechsel kann ich wahrscheinlich vergessen. Da müsste ich jetzt wieder auswechseln. Oder ich mache wirklich mit Käfer... Ja, weil Käfergebrummen würde mir nicht viel bringen. Da würde mir Lichtkanone wahrscheinlich mehr bringen. Mal gucken. Lichtkanone hat 80. Energieball hätte 90. Ich glaube, da mache ich Energieball. Weil ich glaube, Käfergebrummen würde ja auch gegen Geist-Pokémon nichts bringen. Und dann macht's... Absolut keinen Schaden. Äh. Flammenblitz. Äh. Ich hab's damit schon gerechnet. Autsch. Au. Ein Crit. Au. Gut. Okay. An der Stelle wäre Kapukime natürlich wieder am besten gewesen. An der Stelle wäre Kapukime jetzt am besten gewesen. Aber hey, naja. Ich mach mal Spukball. Hm, Karguron kommt. Ach, super. Ist ja gerade genau das Pokémon. Genau, gegen das Pokémon habe ich natürlich dann wieder nichts. Da wäre mein Donarion jetzt perfekt gewesen. So. Also, dann machen wir jetzt mal einen Switch auf Tortunator. Diese ganzen Karguron mit Egelsamen. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welches Pokémon mich am meisten abfuckt in diesem Turnier. Entweder... ...Karguron oder Porygon 2 mit Fährte. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich mach mal Flammenwurf. Schutzschädel. Ganz ehrlich, ne? Junge, 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 ey. Dieses Karguron. Durchweg. Durchs ganze Turnier. Geht mir das tierisch auf die Nerven. Oh, wir wechseln jetzt wieder auf Knogger aus. Yay. Ich würde ja jetzt lachen, wenn der Flammenwurf jetzt auch noch ein Crit wäre und er es noch besiegt. Naja. Gut. Schattenknochen. So, jetzt ist natürlich die Frage... ...wird jetzt wieder auf Karguron gewechselt? Wenn ja, dann mach ich Donnerblitz. Weil Knogger ist ja sowieso langsamer. Man heißt mit dem Spukball... ...tja... ...was soll ich sagen? Ne, ich konnte nichts machen. Selbst wenn ich jetzt Spukball gemacht hätte... ...gut, dann wäre es nicht 3-0 ausgegangen, dann wäre es nur 2-0 ausgegangen. Na klar, nur... ...so oder so hätte ich verloren. Muss man einfach dazu sagen. Schade. Ah, ist das ärgerlich. Kapukima wäre jetzt wieder so gut gewesen. Naja, gut. Das ist halt mit den 3 gegen 3 Matches... ...man weiß nie, was der Gegner wirklich hat. Das ist halt wirklich dann auf Glück basiert. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich verschluckt. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also macht's gut, haut rein und... ...tschau.